und willkommen zurück meine lieben kameraden schweine ja irgendwie mag ich das wort kameraden schweine es geht mal wieder weiter und natürlich mit unserem panzerjäger damit wir ihn auch mal wieder gut ausrüsten können und ich hoffe wir schaffen es endlich mal einen zu killen ich glaube nicht ein killer macht heraus ein riesen special video wie gesagt er ist so schlecht der ist da unten in der liste dabei war okay heißt das jetzt wir müssen hier wir sind jetzt nicht ob wir einfach angreifen müssen oder auftrag nehmen sie die gegnerische basis ein oder zerstören sie alle gegnerischen fahrzeuge okay ganz normal wir machen verteidigung wir heften uns bei einem dran ich glaube die interessanten sind auf der anderen seite ein schwerer panzer und der rest ist alles mittel und legen wir los auf panzerzerstörer also jagdpanzer war ich damit salut von mich hat es eigentlich persönlich wenn jemand salut schreibt weil dann weiß ich denke ich immer der ist kommt nicht darauf dass der deutscher ist okay wir pirschen uns vor jedenfalls ungefähr kuss ehrlich gesagt kommt mir vor als wäre die musik des lautesten überhaupt ohne scheiß nein ich will nicht verlassen auch da unten ist er habe ich gar nicht gemerkt das muss wehtun der ging nicht durch kette beschädigt los kohle was das durchhält rückwärts gang minus 12 km schneller 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 ok es reicht es reicht habe ich gesagt müssen wir dazu feind wir haben es überlebt haben kein schaden gekriegt gott sei dank hell yeah oder wischend scheint wir haben sie nicht mal angekratzt nein aber das getriebe ist jetzt weg nein ist das nicht getroffen junge junge ach der ist auf der anderen seite ok wir sind hier noch von einem stein geschützt deswegen bleiben wir mal hier stehen bleiben ach baum lockt uns jetzt halt hier und der denkt jetzt wirklich der ging voll durch ihre panzerung wirkungstreffer yeah wir haben endlich einen gemacht das ist ein special video ja wir sind die king of kings hat trotzdem noch einer getroffen sehr schön auf der seite haben auf jeden fall wir die äh führung auf der anderen seite sind es ihre gegner auf der anderen halbinsel hier so das ist aber keine halbinsel wir haben sie nicht mal angekratzt ja ich merke es wir sind so richtig schön auf dem präsentiert heller wenn der ja naja probieren wir es aus probieren wir es aus hat sich eingebunkert hat sich eingebunkert die nahe sind ja an mir dran dass man das nicht sehen kann in dem sie alle da eingebaut drei stück sind das wir haben sie nicht mal angekratzt oh oh der ging nicht durch komm schon hin schaff mal der ging nicht durch jetzt müssen wir wohl schaffen hier wir haben sie böse erwischt das hoffe ich doch das muss wehtun ne händchen übrigens schaden hier wir haben sie nicht mal angekratzt wir haben sie nicht mal angekratzt eine unserer ketten ist zerstört wir sitzen fest dankeschön naja wir sitzen fest wir können nothing machen so nehmen wir mal die Panzerbrechenden sind es glaube ich und gehen mal nach vorne ach du schande viele von uns leben nicht mehr das heißt wir gehen auf jeden Fall nach vorne bevor sie von hinten kommen beziehungsweise müssen schauen dass wir unser Leben retten oh so okay da oben hat man schon auch keine gute Deckung na gut hat man sowieso keine Deckung jetzt in zwei sind wir jetzt sterben in Ehre naja sterben in Ehre der ging voll durch ihre Panzer rum kritischer Treffer das muss wehtun kritischer Treffer wir sind erledigt nein ich werde beinah nachgeladen beinah ja okay war doch ganz nett jo dann war es das mit dem Gefecht das war ja eigentlich endlich mal wieder ein Kill endlich mal aber wie gesagt die Erfahrung bleibt mies Geld kriegt man einen Haufen Erfahrung nicht aber okay wir werden uns weiter abweiten wir werden weiter kämpfen wir werden nicht stillstehen bis zur nächsten Folge ade meine Kameraden ade